Mein Name ist Robert und ich lebe und arbeite in Doma Ries. Und das ist mein Lieblingsort, der Segelschutplatz oben am Sölkisheimer Berg. Ich komme gern mit dem Bike hierher, wenn ich mal einen Moment einfach für mich brauche. Fliegen bedeutet für viele die große Freiheit. Für mich persönlich bedeutet Freiheit, genau das zu tun, was ich möchte. Ich bin Gastronom, aber ich sehe mich eher als eine Art Leute zusammenbringe. Mit meiner Frau betreibe ich in Doma Rhein Kaffee und wir organisieren Veranstaltungen und kulturelle Events. Ich schätze im Doma Ries, dass es hier das perfekte Zusammenspiel gibt zwischen Natur und Kultur. Obwohl die Menschen im Doma Ries generell eher bodenständiger leben, mag ich es, dass die Leute hier offen geblieben sind und sich gegenseitig ihre Freiheit lassen. Freiheit ist für mich Glück. Und diese Freiheit, die habe ich hier. mit meiner Frau. Menschen im Doma Ries. Wie ist das, dass sie das, was sie für mich, wenn ich gutauehren. Nur in Doma Ries. Menschen in Doma Ries. Menschen in Doma Ries. Sie in Doma Ries.